Das Ganze hier ist wie ein Knasch, und ihr darf mit, hey, ich bin gerade voll, ihr hass, fühle mich ein. Ja, ich bin da! Ich habe glaube ich jetzt nicht so viel Champagner gehabt. Ich habe jetzt alle so viel gesoffen. Und dann haben wir rausgefunden, dass Patrick los und dass er Loser heisst. Das ist ein Faschgesperr. Er hat zu lachen. Ist das ein Gentleman oder nein? Das ist schon ein Gentleman. Das musst du jetzt hier schon mal lernen. Hier ist es nicht so, Männer werden zu grosser. Das ist doch gut. Frauen brauchen mehr Platz, mehr Kleidung, mehr Schuhe. Und sie können selber untereinander noch ausmachen, vielleicht nach drei Monaten wechseln. Und dann kommen dir hin und die Modis gehen dort rüber. Aber das ist jetzt wirklich kein Problem. Hallo? Ich zeige euch jetzt mal, was alles ist, damit ihr dann wisst, da ist das Pool. Das heizt euch von selber. Sweet. Und da ist der Poolraum. Da könnt ihr ein bisschen Pool spielen, Fernsehen schauen, Musik hören. Hey, wir haben einen Jacuzzi. Guck mal, Jacuzzi. Das ist cool. Wow. Wird lieber ein Jacuzzi als ein schönes Bett. Nicht los. Super cool. Ich meine, ich kann gar noch nicht so viel sagen. Ich bin eigentlich völlig überwältigt. Das Los Angeles ist gut verdammt, ich höre gut zu sagen. Also da kommst du an, gell? Und da ist einfach alles, gell? Da hast du die sechsten Spuren, Freeway oder bist dann wegen Highway. Geil, oder? Ja. Das ist eigentlich schon okay. Hey. Die Athena ist schon ein bisschen verschroben. Ich habe jetzt nicht so viel Champagner gehabt. Also der Hauptsache, das Wetter ist gut. Hi Mom. Beverly Hills ist das Ambrie oder was? Ja, also Beverly Hills ist sicher nicht da. Das ist sicher von meiner Meinung nach empfällig. Ich ziehe jetzt voll das Leben an. Ah, saugeil. Also Palmen und Sonnenschein und Kalifornien und Los Angeles. Vor allem habe ich schon immer geträumt. Also ich bin sehr glücklich, dass ich hier bin. Ja, ich tanze seit ich sechs bin und habe mit Palette angefangen. Und dann ist mir das halt ein bisschen zu langweilig gewesen. Dann habe ich ein bisschen Jazz, weisst du? Also heute Abend komme ich dann wieder am 8. Dann gibt es ein typisch amerikanisches Nachtessen. Yes. Bis später, ich komme wieder. Ciao. Ciao. Ja, gell? Also man muss sagen, die ganzen Grüezen sind ja Foptisier und so, aber die sind einfach viel, viel zu steife, weisst du? Der Walliser hat einfach ein bisschen so etwas, weisst du, so ein bisschen vom Spanier oder dem Italiener, aber die Grüezen, die sind wie Ticci, gell? Ich habe nicht mitgekommen. Hey, nimm mal deine Killehut an.